Sabrina soll ein Tankfahrzeug nach Kiel überführen. Dummerweise ist der Tank leer. Jetzt ist der Strich schon rot geworden. Also jetzt ist es quasi allerhöchste Eisenbahn, wenn ich es tanke. Neue LKW übernimmt sie immer mit fast leerem Tank. Aber das hilft jetzt auch nichts. So, 500 Meter. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Es sei denn, die Tankstelle hat noch zu. Um halb fünf morgens in der Bayerischen Pampa. Glück gehabt. Oh, da stehen ein paar schöne Scania's. Und ich glaube, da gibt es auch AdBlue. Ja, ganz genau. Jawollo. Tankanzeige ist zwar schon tief im roten Bereich, aber schaut gut aus. Ich stehe an der Tankstelle. Ich habe es geschafft.